hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde DC Universe Online ich habe mir überlegt ich werde jetzt eine woche also sprich jetzt nur noch drei tage mit dem charakter spielen und dann werde ich einen vorgefertigten nehmen also sprich nächste woche werde ich dann einen vorgefertigten charakter nehmen so ein superhelden und schauen wie es dann mit dem läuft also schon rein wie es weitergeht zumindest lädt er schon mal so finde unter schlupf händler okay dann laufen wir mal der was sind bestimmt hier die grünen punkte was soll ein spiel oder nicht es ist das computer hier wachmeister was war dahinten also man kann nicht durch den computer laufen und auch nicht glaube ich durch die bleibt doch mal stehen ach die grünen punkte sind spieler mitspieler ok und man kann auch nicht durch spieler durchlaufen ok jetzt suchen wir aber erstmal ein was ist das wir müssen uns alle gegen brain jack verbünden schön dass du für uns kämpfst die wächter nehmen alle beunruhigende erschütterungen im gesamten äther war ich fürchte dunkle zeiten stehen bevor hat mal unterschlupft dann muss bestimmt unten sein wohl dass die tür ist im ausgang es geht doch hier dann raus mein revier möchte ich nicht verlassen ich kann fliegen ah gedrückt lassen fängt dauernd zu fliegen gut teleporten jetzt hier es kann doch nicht wahr sein teleporte knoten da müssen wir nicht rein wir brauchen einen händler briefkasten ah die symbole da briefkasten ok das ist der teleporter hier ist bei den händlern kannst du beschädigte ausrüstung reparieren lassen und gegenstände verkaufen die du nicht mehr brauchst manche händler verkaufen einzigartige dinge sobald du genug ansehen gewonnen hast kannst du diese ebenfalls kaufen so einkaufstüte das sind händler ich habe bestimmt etwas hilfreiches da sie dich ruhig um so ich kann hier das hier kaufen kann Fandschuhe verkaufen vom verkaufen ich möchte doch kaufen nicht verkaufen oder heißt das der verkauft das für mich oder ist das für mich wo gibt es denn hier Inventar ist das auf i auf i tjo auf i na super hab ich mich noch gar nicht ausgerüstet gehabt was ist das Cola Soda Cola ok sind das Statistik so sieht jetzt mal zu bald aus schick ok ich kann da noch beschrieben ich hab keinen Helm cool ich kann dir einen Helm kaufen hallo benötigt du mystische ausrüstung für den kampf ja brauche ich kaufen oh ich brauche Level 8 Mensch wo wird das wie vorher angezeigt dass ich das nicht tragen tragen kann wo wird das angezeigt hallo hallo benötigt du mystische ausrüstung für den kampf ja ok es wird angezeigt nur ich trotter habe es mal wieder nicht gerallt nicht gescheckt reparieren ok das war der Händler das war es doch schon hier oder wir sollten ja nur zu den Händlern gehen obwohl hier hinten gibt es bestimmt auch noch welche oder auch nicht hier ist nur der Sicherheitsdruck der Sicherheitsdruck ja so gut dann fliegen wir jetzt mal raus in der weiten weiten Welt also mit dem fliegen lässt sich ein bisschen doof lenken weil da fliegt immer ein bisschen nach aber ist ja normal da kann ich abrupt stehen bleiben und E halten um mich raus zu porten das hier heißt das ich habe es fertig die halten ok das ist also 5 4 3 2 1 Zeitenhafter Trenton ist hier und bereit gegen die bösen gibt es hier noch ein für den Start für den Start ok so 5, 4, 3, 2, 1, los! Reitenhafter Trenton ist hier und der Reiten... Gibt es hier noch ein Turbo im Flug? Ah, es hat gedeckt. Ich habe Platin. Cool. Die erste Quest fertig. Ach, ich hatte ja sowieso noch Fähigkeiten. Auf K-Bahn-Fähigkeiten. Eine Fähigkeit habe ich noch. Flora. Die geht nichts. Gibt es doch nichts. Mensch. Da geht auch nichts. Muss ich auf Heilung gehen. Geht auch nichts. Jetzt ich nichts mehr verstehen. Ich nichts verstehen. Mal beim nächsten Mal schauen, was man da so einstellen kann. Das schaue ich mir am Wochenende an. Alles nix. Ich muss da rein. Hab ich was drin vergessen? Ich denke mal, ich muss da zu den gelben Pfeilen rennen. Aber... Hä? Es geht doch hier gar nicht weiter. Willkommen in der Poststelle. Hier befinden sich die Postfächer sowie der Teleporter zum Wachturm. Benutze das Hawkman-Hologramm, wenn du ein paar Schurken verprügeln möchtest und die Martian Manhunter Simulation für Alarme. Jetzt zieh mal in deine Post. Ich habe dir etwas geschickt. Dann finde Lichthüter Ambrose. Er hat eine Nachricht für dich von Wonder Woman. Felix Faust und seine Magenten stehlen Seelen in Chinatown. Die Wächter der Magie sind überfordert. Du musst dieses Ritual stoppen. Wonder Woman meldet sich mit weiteren Anweisungen bei dir. Hier ist Wonder Woman. Dass du dich aus Brainiacs Gewalt befreien konntest, ist ein beeindruckender Beweis für deine neu erworbenen magischen Kräfte. Deshalb möchte ich dich bitten, sie für unseren Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit einzusetzen. Felix Faust und seine Magenten stehlen Seelen in Chinatown. Deine Hilfe könnte die Entscheidung herbeiführen. Okay. Ich muss jetzt einfach zum Briefkasten. Und hier ist der Quest. Hallo und willkommen zur Erkundungsabenteuer-Reihe mit Booster Gold. Dieses Abenteuer führt dich ins Chinatown-Viertel von Metropolis. Ich bin Booster Gold. Wo war die Post? War die da oben? Ne, hier waren die Händler. Tschung. Posto. Oh, wie ist der, der Post? Nice. Nichts Posto, da ist Post. Sag. Jetzt suchen wir mal. Oh, ich hab was geschenkt gekriegt. Ah ne. Kann doch zum Lesen. Hab so was geschenkt gekriegt. Öh. So, im Winter. Wir haben... Eine Moske. Ich seh doch schon wirklich aus wie ein Superheld, oder? Genau. Sei auch. Ich bin ein Superheld. Ich seh nicht nur so aus. Ich bin einer. Ich hab da immer... So ein Grafikfehler. Ich hab da immer so ne Glatze. Voll witzig. Dann fliegen wir mal hin. Okay, ich hab verstanden. Immer der gelbe Pfeil zeigt. Rot Pfeil ist bestimmt Angriff, oder? Nee, ist doch nichts. Ich muss das nur so halten und das drehen. Ach, da oben. Da ist fast. Was? Kann man nicht einmal seine Ruhe haben? Ich muss noch einen Schläger haben. Der Trenton ist hier. Du kriegst mich nicht. Ich bin zu spät. Was? Kann man nicht einmal seine Ruhe haben? So, fliegen wir mal weiter. Ich muss mal die ganzen Schläger unterwegs kaputt hauen. Die Wächter der Magie wurden gegründet, um diese Art magischer Verbrechen zu bekämpfen. Aber Faust Seelenlose sind einfach zu viele, um sie kontrollieren zu können. Die Zauberin Zetana hat den Kampf gegen seine abscheulichen Rituale angeführt. Aber sie ist verschwunden. Wenn es Faust irgendwie gelungen ist, sie zum Schweigen zu bringen, müssen wir sie befreien, bevor es zu spät ist. Hey, also du musst wissen, dass es überall in der Stadt Menschen gibt, die deine Hilfe brauchen. Meist findest du sie in der Nähe von Krisenherden. Der Erste ist gleich hier drüben. Sieh mal, ob du helfen kannst. So, 15 Leute davon killen. Da war ein Liederner Punkt. Was heißt Liederner Punkt? Ich denke mal, das sind bestimmt andere Leute in einer Gruppe bestimmt. Oder vielleicht Böse, stärkere Böse, Böse, Böse. Epik. Können aber schön stöhnen. Oh. Oh. Was ist denn da? Muss Faust wehnen. Oh. 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 So. Da haben wir jetzt na, und Oh. Oh. Diese seelenlosen Opfer hat Faust verschuldet. Wir müssen Satana finden und seine bösen Taten rückgängig machen. Ein Wächter der Magie hier in der Nähe hat ein Amulett, mit dem du sie finden kannst. Also bislang finde ich das Spiel richtig gut. Gefällt mir. Ähm. Was ist denn das hier für ein Krüderpunkt? Ja, ich habe die Forschungsdaten und Messergebnisse. Ich will sie gerade abliefern. Ah, okay. Egal. Ich muss da immer so den Pfeil hin. Hier vorne muss irgendwo was sein. Starte Feldbericht. Leider ist von dieser Seele nicht mehr viel übrig, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich kann es kaputt hauen. Aber du sagst das nicht gleich. erst aktivieren. Okay. Easy. Easy. Jetzt geht es hier rund mit dem Jungen. Das war das Zerstören hier. Gehört bestimmt den Bösen. Das gehört nicht den Guten. Mit der Tastatur erst mal zu recht kommen, wo was ist. Wie soll das mit dem Joystick gehen? Dann spiele ich mit dem Joystick oder Controller. Ich muss den Bein auf die Taste in 1 bis 8 drücken. Ich muss das mal ausprobieren. Ich werde dann morgen mal meinen Controller wieder installieren. Und probiere es mal mit dem Controller zu spielen. Vielleicht macht es dann ein bisschen mehr Spaß. Obwohl, macht ja schon so sehr viel Spaß. Vor allem was für Möglichkeiten man dann auch hat mit den Superhelden. Wie man seinen Superhelden einstellen möchte und und und. den Superhelden einstellen möchte. Oh. Muss ausstehen. Gut. Gut. annen Geben. Ich spreche. Gaia. Nein, nein. So, dann habe ich die Quest jetzt fertig. Oder? Boah, habe ich. Habe ich fertig. So, jetzt mal schauen, was ist das Nilan hier? So, das ist ein Scooter Guter Scooter Aber es macht Spaß, das kriegen. Das ist geil. Ich kann fliegen. Ohne Reittier. Oh, ich kann keine Rolle machen. Die Seelen singen. Du hast die gefangenen Seelen befreit und so das Gleichgewicht des Lichts wiederhergestellt. Ich danke dir in ihrem Namen. Ohne Reittier. Ist das wieder das gleiche Rennen? Warum gibt es da immer unterschiedliche Rennens? Rennens. Das ist immer das gleiche Rennen. Beeindruckend. 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 Oh, völlig gut. Oh, völlig gut. Yeah. Ich habe einen neuen Rekord gebrochen. Um 2.000. Super. Trink mir aber nichts. Ach ja, auf J war mein Dingensbuch. Aktivieren. Aktivieren. Diese seelenlosen Opfer hat Faust verschuldet. Wir müssen Satana finden und seine bösen Taten rückgängig machen. Ein Wächter der Magie hier in der Nähe hat ein Amulett, mit dem du sie finden kannst. Okay. Ich muss auf J die Queste also aktivieren, damit ich sehe, was ich machen muss. Ich würde sagen, ich schneide noch die eine Quest für fertig. Sprich mit Wächter Oron. Und dann. Und dann. Und dann würde ich sagen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Und um herauszukriegen, wohin sie Satana gebracht haben. Ja. So, dann recht jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschü tschü. Tschü tschü tschü. Guten Morgen. Vielen Dank.